Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 29. März 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 591 und es ist 6 Uhr in der Früh. Ich spreche hier den Podcast live ein, quasi fast schon. Ich habe heute mit Xiaomi, Xiaomi, Sky Kids App iWork Dropbox und Switch. Ich beginne mit Xiaomi. Die haben jetzt kurz bevor das Galaxy Fold rausfällt, etwas gezeigt. Und das ist nochmals ein Video zu ihrem Fold-Smartphone, welches ja im zweiten Quartal, was ja nächste Woche beginnt, irgendwann rausfallen möchte und zwar zu sagenhaften 999 US-Dollar und Euro, beides gleicherweise. Und haben gezeigt, wie schnell ihr Falt-Smartphone reagiert, wenn man zusammenklappt und bedient. Ein kurzes und knackiges Video muss man sich anschauen, wenn man sich für faltbare Smartphones interessiert. Weiter geht es mit Xiaomi. Die haben sich, und das ist ja in der Branche leider so ein bisschen üblich, Huawei macht sich jeweils über Apple lustig und ist diese Woche damit auch ein bisschen gescheitert. Xiaomi macht sich jetzt über Huawei lustig mit ihrem neuen Smartphone. Das P30, wohlbemerkt nicht das P30 Pro, sondern das normale, das günstigere, haben sie verglichen mit ihrem Xiaomi Mi 9, also ihrem Top-Smartphone. Da grösserer Screen, besserer Prozessor, weil Huawei den vom letzten Jahr genommen hat, mehr Kamera oder bessere Kameras drin, vor allem im Video-DMX-DXO-Mark-Vergleich, wo Huawei noch nicht offiziell gelistet ist, sind sie anscheinend besser. Und dann kommt noch dazu, Wireless-Charging bis und mit 20 Watt beim Speicher und beim RAM sind beide gleich. Wo es aber deutlich Unterschiede macht, ist beim Preis. Das Xiaomi Mi 9 bekommt ihr ab 499 Euro, der spanische Preis, und das Huawei P30 für 799 Euro. Da hat man sich eben lustig über den Preis gemacht. Kann man machen, Xiaomi ist ja da natürlich immer sehr, sehr aggressiv unterwegs, was den Preis betrifft. Sprich, bietet euch viel Hardware für wenig Geld. Weiter geht es mit Sky. Wer diesen Dienst abonniert hat, nutzt, und das ist vor allem ja bei euch in Deutschland und Österreich so, und da Kunde des Sky Plus oder Sky Q Abos ist, der bekommt neu die Sky Kids App mit inklusive. Heisst, ihr habt Zugriff auf tausende Episoden von Kinderserien. Das in verschiedenen Couleur und Möglichkeiten. Wer also Kinder hat und ein Sky Abo, sollte sich das mal ein bisschen genauer anscheinend. Ansehen. Dann gab es mit dem iPad Air letzte Woche und iPad Mini in der fünften Generation, letzte Woche auch die Ankündigung, dass es ein Update für die iWork Suite für iOS geben wird. Das gleiche ist jetzt auch für Mac OS passiert. Und da gibt es einige Neuerungen. Wer also da mit Apple Works unterwegs ist, also iWorks unterwegs ist, mit Pages, mit Numbers und Keynotes, der darf sich freuen auf neue Funktionen. Bei iOS ist es unter anderem die Apple Pencil Unterstützung und weiteres steht da in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr euch einlesen, wenn ihr das nutzt. Dann kommen wir noch zu Dropbox. Die haben auf Windows wie auf macOS ein neues Feature integriert. Bei macOS direkt oben in der Menüleiste, wenn ihr auf das Dropbox Logo klickt. Bei Windows unten in der Taskleiste, wenn ihr darauf klickt, bekommt ihr direkten Suchfeld geboten. Das heisst, ihr könnt drauf tippen und, ja, keine Ahnung, Swisscom, also die Rechnung jetzt zum Beispiel eingeben und ihr werdet fündig. Wer das normale Dropbox nutzt, wird darüber nur Dateinamen finden können, also wo dann auch der Name, den ihr sucht, direkt drin steht. Wer ein Professional oder ein Business Abo hat, der kann auch optional von der Texterkennung profitieren. Die ganzen Dateien, die ja da drin liegen, werden mit OCR durchsucht und analysiert und natürlich auch indexiert und somit könnt ihr dann eben auch Dateien finden, wo der Text, zum Beispiel Swisscom, im Brief oder wo auch drin steht. Zu guter Letzt gibt es noch eine Möglichkeit, um zwölf Monate Switch Online kostenlos zu bekommen. Switch Online ist ja der Online-Dienst von der Nintendo Switch, der gar nicht mal so viel kostet, aber auch da kann man sparen. Wer ein Twitch Prime Abo hat, und das sind ja diejenigen, die es eben direkt gelöst haben, aber auch diejenigen, die Amazon Prime haben, gehört ja mittlerweile zu Amazon, die bekommen da kostenlose Monate für Nintendo Switch. Wie das Ganze funktioniert, ihr müsst euer Twitch-Konto mit dem Nintendo-Account verbinden, Bezahlungsdaten hinterlegen und könnt dann das kostenlose Angebot abholen. Da aber gibt es zwei verschiedene Angebote, einmal drei Monate, einmal neun Monate. Ihr wählt dann die neun Monate und könnt euch dann später nochmals, nach 60 Tagen, nochmals neun Monate abholen. Das wird wahrscheinlich deshalb gemacht, damit Leute sich da nicht mit schnellem Konto eröffnen und wieder rausgehen bei kostenlosen Dienstbereichen, oder wie man das sagen will. Das waren es mit den Themen, die ich heute für euch an diesem Freitag zusammen hatte. Ich hatte eine strenge, aber eine schöne Woche. Ich hoffe, es geht euch ähnlich, zumindest dass ihr eine schöne Woche habt. Strenge muss es ihr nicht unbedingt sein. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende vor euch und nächste Woche ist der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.